Was steht hier denn? B, A, keine Ahnung. Da steht Bank. Kannst du immer noch nicht lesen? Warum sollte ich? Das gehört zur Kultur des Planeten Erde. Du musst zur Schule gehen. Und jetzt geh und kauf dir Bücher. Okay. Was steht denn hier? Ich glaube, das ist die Buchhandlung. Was war das denn? Oje, auch das noch. Gut gemacht, Soundwave. Und jetzt suchen wir das Buch. Bist du sicher, dass die Karte in diesem Buch ist? Zweifelst du etwa an mir? Los, finde es! Hier ist es. Ich habe es gefunden. Und hier ist die Karte. Gut gemacht. Gehen wir. Bumblebee, alles okay? Optimus, sie haben ein Buch mitgenommen. Mit einer Karte drin. Die Decepticons? Los, hinterher! Hier müsste es sein. Soundwave, schau auf der Karte nach. Ja, laut der Karte müsste das Teil des Würfels hier sein. Worauf wartest du noch? Fang an zu graben. Na endlich. Wir haben es gefunden. Jetzt bist du fällig, Megatron. Prime, du kannst mich nicht aufhalten. Megatron! Optimus, wir haben das Teil. Gut gemacht, Bumblebee. Los, gehen wir. Sonst kommst du zu spät zur Schule. Sonst kommst du zu spät zur Schule.